Dieses Beet wurde von Schülern der San Pascual Bailon Schule eigenhändig gepflanzt. Es entstand unter der Initiative Cuidate Cuidalo, die die Umgebung verbessert und gesunde Lebensweisen vorantreiben soll. Die Initiative gehört dem regionalen Programm Andalusien besser gewissenhaft an. Die Kleinen haben mit recyceltem Material dieses Beet angebaut und daneben einen Park für die sportliche Betätigung geschaffen. Was mir am liebsten war, dass wir das Wohnzimmer, den wir hier in dem Park gebaut haben. Die Schüler liefen den Stadtbezirk ab und bauten ein Modell nach. Sie nutzen das Modell, um an verschiedenen Orten im Dorf QR-Codes zu verteilen, welche Informationen über den Ort geben und Tipps für gesunde Lebensweisen verbreiten. Das ist etwas Necesario, das ihr euch betrifft. Die Initiative gewann 2016 den Nationalen Lernpreis. Das ist etwas Necesario, das ihr euch betrifft.